und das ist für mich etwas ganz besonderes und zwar ist das eine zeichnung meines opas das hat er mit zwölf jahren gemalt und das gemälde ist bereits 101 jahr alt schloss bornitz zwischen uschatz und rieser es wird auch ritter gut genannt und ich vermute jetzt mal die kirche dahinter die gehört wirklich nicht zu dem haus im vordergrund im ersten moment dachte ich immer das gehört aufs dach aber nee das muss aber dahinter stand eigentlich nichts ich muss noch mal aufs foto schauen ja bauzeit sechzehntes jahrhundert wie gesagt ritter gut oder schloss genannt für mich eine sehr schöne erinnerung zumal ich mir das schloss auch im original anschauen konnte so 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 so